So, heute ist Donnerstag, der 3. Juni 2021, 13.46 Uhr, ihr seht es jetzt hier. Und ja, ich dachte, ich mache mal eine kleine Bildschirmaufnahme. Und zwar, ja, habe ich gerade mal, wollte ich gerade mal bei meiner alten Schule anrufen, nochmal meine Zeugnisse anfordern. Und da habe ich gedacht, schreibe ich mal eine Bewertung halt nochmal. Und ich wollte halt nur dokumentieren, dass ich diese Bewertung hier schreibe und was hier drin steht. Ich kann ja mal ranzoomen, könnt ihr hier selber lesen. Und ich werde das jetzt posten. Und ich bin mal gespannt, wie lange halt dieser Kommentar da bleibt, bevor er gelöscht oder geschadowbannt wird, also nicht angezeigt wird. Und ja, wie gesagt, Google gehört ja der CIA. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, deswegen schreibe ich CIA auch immer mit Ad-Zeichen meistens für den Algorithmus, dass das nicht erkannt wird. Also man kann schon ausgehen, weil hier BND und CIA drinsteht, dass der Kommentar sofort eigentlich gesperrt wird. Wie gesagt, ich weiß, dass das so ist. Allerdings möchte ich ja euch aufwirken, dass ihr das realisiert. Genau. Und ich werde das jetzt einfach mal mitschneiden. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gucken. Ihr könnt ja mal gucken, inwiefern. Ich bin mal gespannt, wie lange der Kommentar da bleibt. So, ihr seht, ich werde den jetzt posten. Überlege, ob ich da noch irgendwas verändern tue. Oh, eine Minute, so weiß ich schon wieder. Glaubt ihr das? So, doch, können wir so lassen. Posten. Vielen Dank für die Rezension. Fertig. Rezension, 16 Rezensionen. So. So, ich bin mal gespannt. Und genau, das war's. Ich bin mal gespannt, wie lange der Kommentar da bleibt.